Jo Leute und herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Show Minecraft 3 Live Und ich hatte euch ja gestern versprochen, dass es heute eins gibt Und obwohl es brüllend heiß ist und ich keine Zeit habe, eigentlich möchte ich das nicht sausen lassen Von daher hier kurz zusammengefasst, was ich heute und in der letzten Zeit geschafft habe Als erstes wäre da der neue Parkettblock, beziehungsweise das neue Parkett Das können wir hier kurz rausholen, mal in die Wände setzen So sieht das ganze Teil aus Hat eine ziemlich krasse Textur, würde ich sagen Wenn ihr es auch findet, schreibt es einfach unten in die Comments Ich finde, das sieht besser aus als der alte Blog Der Name ist jetzt auch richtig gesetzt, gleich am Anfang Ich habe es leider immer noch nicht hinbekommen, die 3D-Modelle auch im Inventar zu rendern Da werde ich noch dran arbeiten Aber wie man sieht, der Computer ist jetzt in echt gerendert Der Fernseher steht hier immer noch Der DVD-Player kommt bald rein Und ansonsten habe ich heute noch hauptsächlich daran gearbeitet Blöcke einfacher reinladen zu können Oh, das sieht auch sehr interessant aus hier Und zwei neue Creative Tabs habe ich dazu gefügt Unter anderem hier diesen Real Life Decorative Eigentlich sollte es Real Life Decoratives heißen Hier kommen die ganzen zusätzlichen Blöcke rein Die jetzt nicht gerade Möbel oder Autos oder Waffen sind Vor allem, weil Blöcke Waffen sind Obwohl, da kommt mir eine Idee Aber das beim nächsten Mal Ja, die kommen auf jeden Fall da rein Alle, die irgendwie dekorierend sind Wie zum Beispiel dieses neue Parkett Dann wird es auch noch Parkettslabs und Parkettstufen geben Und dann auch noch Marmor und die Säulen kommen hier rein Und so weiter Da habe ich ganz, ganz viel vor Ich komme jetzt sehr viel besser voran, wie man sieht Und das geht auch noch viel schneller Ich hoffe, ich kann es in der nächsten Zeit schaffen Hier die 3D-Modelle auch in das Inventar zu bringen Hier sieht man den Toilet-Block Beziehungsweise man sieht ihn ja eben nicht Aber ich hoffe, auch das werde ich schaffen Ich setze ihn mal so Man sieht ihn nicht, man kann nichts damit machen Aber was noch dazu gekommen ist Zeige ich ganz kurz mal in Game Mode 0 So, oben links ist jetzt das Thermometer Jawohl Und ein weiteres neues Feature Ist, dass der Wasserbalken und der Toilettenbalken Die bekommen jetzt ein wunderbares Aussehen Ähm Ich weiß gar nicht, kann ich es gerade zeigen? Nein Kann ich leider nicht Das seht ihr beim nächsten Mal Beziehungsweise ich mache auch einen Link in die Beschreibung Vielleicht Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe Wie gesagt Meine Zeit ist im Moment sehr knapp Auf jeden Fall Wenn euch dieses Video gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Und teilt es Und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid Dann lasst doch einfach ein Abo da Für mehr Minecraft Videos Das war es von mir für heute Wir sehen uns morgen Im nächsten Live the Mystery In der nächsten Minecraft News Folge Und in Let's Play Minecraft 3 Live Und bis dahin Lasst die Welt heile Macht's gut! Outro